Da bin ich ja auch schon wieder. Und, ähm... Ja, wir machen einfach mal da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört sind. Und wir wollen uns einen Maulwurf suchen. Wir haben ja jetzt die geile neue Waffe hier. Die wir auch so schön verziert haben, wie ihr hier seht. Das sieht richtig scheiße aus. Und macht dafür aber direkt zwei Damage mehr als vorher. Hat mehr Healpoints und hat mehr Tempo und Critical. Also definitiv besser als die alte Waffe. Die hat zwar mehr Critical gehabt, aber diese macht wesentlich mehr Damage und ist schneller. Wie ihr hier auch schon seht. Ein wenig schneller, kann man wohl sagen. Genau. Dann suchen wir jetzt mal Maulwurf. Ich weiß, dass die hier hinten waren irgendwo. Ach, da können wir die Waffe auch schon mal ausprobieren. Hier an unseren Raben. Die zählen wir ja eh nicht. Das heißt... Boah, ja, die ist gut, die Waffe. Loil. Leftovers. Nice. Zack. Und was kann man mit den Leftovers denn jetzt machen? Kann man die, sehe ich? Amulett, 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 Amulett. Ne, aber damit kann man doch. Ich weiß doch, was man damit machen kann. Genau. Oh, ich muss erstmal wieder ein bisschen rauszoomen, sonst hält er bis zu nah. Läuft bei mir mit der Waffe. Springen wir ein bisschen auf den Zaun rum. So. Damit kann man... Wie heißt der? Ach, Tirolon. Ich hab Trololol gelesen. Das wär richtig geil. Können wir auf den Balkon klettern? Ja, oder? Ah, das schaffen wir. Hä-hä, wir spielen Einbrecher. Meine lieben Leute. Leute, okay. Hier geht's auch eine Treppe hoch. Ähm, ja. Wuhu! So, ähm, was ich nachgucken wollte. Nicht in den Crafting District. Ähm, wie viel Power hab ich hier denn eigentlich? Ich hab Power 5. Geil! Und... Wuhu! Fuck, ey. So, hier muss irgendwie nämlich so eine Lupe sein. Irgendwo. Da ist eine Lupe! Hier ist das Lupenhaus. Jawohl! Da können wir das nämlich untersuchen lassen. Na. 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 Ähm. Jo. Für einen Rogo. Alter, sind die geil! Ja, äh, die verkaufen wir direkt. Ach, komm, Yolo. Das machen wir andermal. Ich will jetzt erst mal aus, Tierchen. Không, das ist ein Woah. Was ist da? Ja. So, hier noch einsammeln. Ich brauche so einen fucking Maulwurf. Wir sind doch mal hier. Welchem begegnet? Lass uns erstmal das Pferd tacklen. So, kein Ding für den King. Ähm. Was ist da? Nein, das ist ein Maulwurf! Du dummes Vieh! Wie dämlich bist du denn? Dafür wirst du sterben, Alter. Egal, ich habe da noch einen rumlaufen sehen. Willst du mich verarschen, Kollege, ey? Du hast einen Maulwurf getötet. Gib her deine Sachen. So. Da sind noch zwei Sch... Donut? Head? Lol. Alter! Juhu! Wir haben ein Haustierchen. Okay, dann machen wir mal jetzt, ähm... Enter. Slash. Pet Name. Oder so, irgendwie. Muss ich mal gleich ausprobieren. Tobi. Ne. Slash. Name. Oh Gott. Ja. Ich drücke T wegen Minecraft. Ihr wisst schon. What the fuck? Ich kann gar nichts mehr machen. Äh, okay, Leute. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir das Problem beroben haben. Bis gleich. So, Leute. Bin ich wieder. Ich muss ja mit Q-Bolt neu schalten. Alter, das sind ja viele Maulwürfe. Aber jetzt noch... What the fuck? Nicht T. Enter. Slash. Name. Pet. Juhu! Es hat geklappt. Tobi. Gut, äh, Tobi. Dann lass uns mal deine Kollegen hier besiegen. What the fuck? Ich habe den 40 Damage gemacht. Nächster. Alter, wie viel Damage ich mit der Waffe mache. Und mein kleiner Maulwurf, Alter. Der ist auch richtig... Der geht auch richtig ab. Na, Tobi. Läuft bei dir. Sieht voll komisch aus, aber egal. YOLO. Oh, ein Scrub. Mach kaputt. Dankeschön. Danke. Komm mit. Da. Ein Wizard. Ne, eine. Ein Wizard. Ein Untoter. Mach ihm platt. Nein, ich muss fliehen. Nein, Maulwurf. Aber er kommt ja zurück. Nach 15 Sekunden. So, ähm. Ich höre schon irgendetwas. Ach, Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Die sind doller. Da ist er. Der Mauli. Ähm. Gut, äh. Maulwurf. Machst du mal den Busch hier für mich kaputt? Hier. Bleu. Okay, das hat nicht funktioniert. Ja, geil. Machen wir jetzt mit einem Schlag weg. Da unten ist noch einer. Komm, ich setze dich darauf an. LOL. Was kann ich jetzt? Vielleicht sollte ich mal zu so einem Trainer. Finde ich eine gute Idee. Ich würde sagen, wir machen es mal auf den Rückweg ins Dörfchen. Zack. Zu so einem Trainer. Da erlernen wir dann so ein paar Skills. Und dann, Leute. Dann. Besiegen wir den ersten Endgegner. Also es tut mir leid, wenn jetzt gerade die Folgen ein bisschen, äh. Un-20-minütig werden. Also länger oder kürzer oder was auch immer. Weil. Ähm. Weil. Ich renne einfach gerade mal. Ich hoffe mal, ich renne richtig, ne? Ja, renne ich. Ja, hier in der Wiki steht, ja, Smash. Das will ich gerne erlernen. Aber wie lerne ich das denn? Äh. Verstehe ich nicht. Ähm. Also meinen Trainer habe ich schon gefunden. Wow. Warum treiben sich denn hier Böse rum? Gib's ihm! Boah, mein Malwurf hat einen Abgang gemacht. Ich habe auch einen Abgang gemacht. Läuft bei mir, weil ich ihn mal daneben geschlagen habe, weil ich nichts gesehen habe. Ähm. Mein, äh, Klassentrainer weiß ich. Da muss ich nur mal gucken, ob ich es schaffe. Der ist da hinten an der Kirche. Dann muss ich nur mal gucken, ob ich es schaffe, mit dem zu trainieren. Weil ich würde schon gerne so einen, äh, Smash-Angriff können. Das wäre schon ganz korrekt. Glaube ich. Wenn wir dann die Gegner so anspringen könnten. Fände ich, glaube ich, ganz geil. Ähm. Hier ist der Adventure-Distrikt. Geil. Und ich glaube, mein Klassentrainer. Also der ist nicht zu übersehen. Da, das ist er. Das ist mein Klassentrainer. Äh, denkste? Das ist doch Magier, oder? Das ist Magier, Leute. Das ist Magier. Das ist Ranger. Das ist meiner. So sieht meiner aus hier. Ja, und wie kann ich jetzt trainieren? Oh nein, jetzt fängt mein Mauerwuf damit ab. Hallo, ist gut. Musste ich jetzt erst in so einen Korb nehmen? Ähm, okay. Mein Mauerwuf ist gerade ein bisschen gestört. Wie kann ich mit dir trainieren? Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn sich das geklärt hat. So, Leute, da bin ich wieder. Ich hab mir gerade noch ein kleines Tutorial angeguckt. Und ja, erstmal hole ich meinen Mauerwuf wieder. Ey, komm, den brauch ich. Der muss mich unterstützen, ey. Boah, Leute, hier, ich drück T. Ja, geht doch, ey. So, und jetzt soll ich X drücken. Und dann funktioniert das nämlich. Da, das will ich hier. Learn. Juhu, ich hab's. Ähm. Ja, geil. So, mal ausprobieren hier beim Dummy. Boah, Alter. 81 Schaden. Ja, komm, jetzt. Okay, das läuft bei uns. Ähm, das geht klar, Mauerwuf. Ne, mein Mauer, Tobi. Geht klar. Das würde ich gerne einmal ausprobieren. Aber erst muss ich gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. So, Leute, da bin ich noch schon wieder. Und ich hab gemerkt, dass wir noch sieben Minuten aufnehmen können, bis wir die nächste Folge voll haben. Das freut mich, denn ich will das gerne mal ausprobieren mit unserem geilen Teil. Das hat zwar jetzt noch eine ziemlich lange Zeit, bis es, ähm, bis es wieder aufgeladen ist. Aber ich mein, ich hab man das Feld gefunden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich mein, ähm, dann, äh, leveln wir halt ein bisschen und, äh, kriegen dann dadurch... Fuck, blitzt es? Ich hab auch schon ein anderes. Es blitzt, Leute. Ähm, was ich sagen wollte, dann leveln wir halt ein bisschen. Sammeln dadurch Punkte und dann läuft das bei uns. So, jetzt guckt's euch an. Aber, äh, kann ich das hier nicht vielleicht so... ...umverlegen? Ne, das geht nicht, schade. Ne, das geht leider nicht. Ähm. Finde ich nicht okay. Na, also, äh, da, äh, das ist ein Grund, warum ihr euch Kyport nicht kaufen sollt. Ach mal, warum ist denn der lieb? Ich will doch einen besiegen hier mit einem Schlag, ey. Der Collie ist doch bestimmt nicht lieb. Hä? So, aufgepasst. Naja, das wollte ich nicht. Bleib stehen, Collie. Attacke! Lol, er ist lieb. Na? Nein, ist er gar nicht. Aber warum kann ich ihn nicht mit so einem Sprinterangriff angreifen? Naja, das, äh, war wohl nur so ein Bug oder so. Oh, oh. Ausprobieren oder nicht ausprobieren? Nicht ausprobieren. Jetzt, äh, wo ist denn... Da ist denn! In die Richtung müssen wir ein Stück. Dann können wir den ersten Endgängen nochmal ausprobieren. Ich mein, wir sind... Nicht jetzt super vorbereitet, aber ich mein, wir sind auch nicht, äh... So schlecht vorbereitet. Oh Gott. Okay, im richtigen Moment kletterndrücken. Äh, hat nicht funktioniert. Aber egal, ich hab ja nur zwei Leben. Alter! Hier ist eine Höhle. Ja, ich hätte die anspringen können, aber sie war zu nah dran. Das hätte mich dann nur... Den Cooldown wieder... Den Cooldown... Den Cooldown, Leute! Das hätte mich Cooldown gekostet. Ich meinte Countdown. Oder... Ne, Cooldown ist doch richtig. Ja, klar, Torben. Och, Mann. Jetzt, jetzt blamier dich hier noch, ey. Läuft. Da hinten ist die Festung. Geil. So. Hier ist eine Festung. Das heißt, wir können da richtig geil leveln. Ähm, ja. So gefällt mir das. What the fuck? Warum sind da... Sind das Böse oder Liebe? Es blitzt. Es blitzt. Es ist so warm, aber es blitzt. Scheiß warm. Es ist so warm, dass es blitzt, Leute. Sagt was. Und regnet. Aber solchen Regen liebe ich. Wenn es so richtig heiß ist und dann regnet. Und es dann... Defeat the ruler in Duralan Kastler. Kastler. So, wir müssen erstmal den Eingang finden. Und dann, Leute. Dann... Dann schlägt's hier 13, ja? Wo ist denn der Eingang? Hier sind überall Bäumchen. Ich kann die Bäumchen hochklemmen. Da bringt mir nichts, weil ich dann nicht in die Burg reinkomme. Tobi, mach kaputt! Ich sagte Tobi. Wo warst du? Gott sei Dank gibt's diese Funktion T. Kann man immer schnell herrufen. Lol, das ist voll geil. Wenn der dann so fast am sterben ist und da ist der Eingang und man den dann... Okay, da sind's zwei Orks. Oh Gott! Ich wollte gerade sagen, die dürfen... Kein Problem. Anspringen! Nein, ich will die anspringen! Okay. Äh, Leute. Das wird richtig easy. Fressen wir mal eine Ginseng-Suppe, ne, Tobi? Was hast du dazu? Ja, du hast auch Hunger. Ne, du kriegst aber nichts. Denkst du, wir wirst gemästet? Du bist schon im echten Leben fett genug. Ja, ist gut. Ich hab das schon lange gefolgt. Wer kämpft denn da jetzt schon wieder? Unterlass das! Du Spy-Creature. Ich mach dich doch sofort platt. Nein, nicht essen! Unterbinde das! Lass mich verarschen, Junge. Du hast doch keine Chance. Och Mann, für einen Ranger, ey. Ich brauch für einen Warrior. Eine Rüstung. Da meine geile Waffe. Ja, ich weiß. Ich soll den, den Ruler in the Castle defieden. Aber ich lock die Gegner hier raus. Weil hier drin ist kein Ort zu kämpfen. Erstmal mach ich die Lämpchen an mir. Oh Gott! Okay, da kommen die Collies. Ja, äh, Collies. Ihr wisst schon. Dass ich das hier kann. Äh, gut. Äh, äh, Collies waren ja noch so ein bisschen easy. Danke, Tobi. Du, wegen dir haben wir die besiegt. Die Frage ist... Wie wir den Ork da wegkriegen. Alter! Kommt der? Der soll kommen. Kommt der da nicht durch? Ist der tot? Aua! Armer, Tobi. Kommt schon, Cooldown. Nein! Na, egal. YOLO! Boah, der hat regeneriert, dieses Schwein. Alter. Läuft bei dir ganz dezent, ne? Ja. Alles gut! Alles gut bei dir. Wie geht's denn deiner Familie so, hä? Sind das auch alles so Fettsäcke wie du? Halt deinen Maul, Alter. So, und nicht anders. Da ist der Ork ganz schnell weg. So. So. Ähm, gut. Wir haben da gerade irgendwas, äh, bekommen. Alter, regnet das, Leute. Das regnet richtig deftig. Ähm. Ja, das ist alles viel zu groß für uns. Das hier haben wir bekommen. Aber das ist ja der gleiche wie das hier. Ho, ho. Ja, dann sind die da ja gar kein Problem mehr für uns. Komm, Leute, ich lock euch nur auf eine, äh... Ja, gut, du kommst. Lol, okay, das ist, äh... Vielen Dank.